Servus Leute, kleines Infovideo. Die Server von MKW sind zur Zeit immer noch down. Seit ungefähr letzter Woche, ich denke mal am Samstag. Durch irgendwelche Hackerangriffe von Oehn, einen der leider gebannt wurde, was heißt ja leider, kann ich leider wahrscheinlich morgen oder übermorgen nicht aufnehmen. Da hätte ich ja mal einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn ich vielleicht was anderes hochladen würde an dem Tag? Ich hätte jetzt drei Sachen zur Auswahl. Entweder mein altes MKW-Profil vom BFC-Zeiten, das ich noch auf der Wii U drauf habe. Oder eine kleine Mi-Collection, was ich da so selbst zangebastelt habe. Oder vielleicht eine GTA 5 Garagentour. Nur das würde ich halt erst am Montag hochladen. Die anderen zwei Sachen könnte ich am Sonntag hochladen. Wenn es nicht gehen soll an den Tagen, dann werde ich eins von den beiden machen. Und ihr habt die Auswahl, was ich hochladen soll. Hab noch einen schönen Tag und ciao!